Die haben uns verraten, die haben die Brücke gesprengt, die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen? Ach Gott. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben, alles, was wir dafür getan haben, es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, der Weihfreund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind die stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren doch ihre Worte, oder? Nein, schießt! War das nicht so? Jorge, lieber aber... Und da geht's! Vielen Dank.